Was ist die Welt in ein Paradies zu verwandeln? Und dann das eigene Umfeld Stück für Stück zu verwandeln. Heißt also die eigene Wohnung, das Haus, den Garten, die Nachbarschaft, die Straße, in der ich lebe, die Stadt und dann schließlich das Land und die ganze Welt. Aber von unten nach oben, Schritt für Schritt. Herr Harra, wie kamen Sie überhaupt zu dieser Idee? Was ist Ihr Hintergrund für dieses Institut? Ich habe mich als Kind schon immer gefragt, wie kann ich da das Industriegebiet, in dem ich aufgewachsen bin, wie könnte das schöner werden? Ich habe so versucht, Samen rüberzuschmeißen auf die Wellasbestplatten da, hat nicht funktioniert, sind vertrocknet. Aber diese Idee, also diese Art zu denken, was kann ich tun, damit es schöner wird, damit es besser wird, damit weniger Leid da ist. Das war so immer so eigentlich eine Lebensart, die ich in mir gefunden habe. Und vor etwa fünf Jahren kam dann im Inneren so dieser Begriff, das, was du machen willst, das ist Paradiesgestaltung. Ja, Paradies zu gestalten. Und nachdem ich jetzt aus dem Bereich Wissenstransfer kam und Bildung und Naturwissenschaft gemacht habe lange Zeit, dachte ich mir, der beste Ansatz, die Welt zu verbessern oder zu verändern, ist Bildung. Und das will ich jetzt tun. Das heißt also, ich habe ein Institut aufgebaut, das all dieses Wissen, das man braucht, um die Welt in ein Paradies zu verwandeln, zusammengetragen hat und es in Lehrmaterialien gepackt hat. Und jetzt ist ein Lehrgang entstanden. Das soll in Zukunft auch als universitärer Lehrgang stattfinden, als Bachelor oder als Master. Da suchen wir noch Universitäten, die das akkreditieren wollen und es entsteht der Beruf des Paradiesgestalters. Das sind Menschen, die halt erstmals ihre eigene Welt verwandeln, aber dann anderen helfen, das auch zu tun. Also in Nachbarschaften, in Gemeinden als Regionalberater zum Beispiel arbeiten oder gemeinnützigen Einrichtungen helfen, neu auszurichten. Aber Paradiesgestaltung eigentlich meint eine andere Lebensausrichtung. Also es geht nicht mehr um das Geld zu maximieren, sondern um dem eigenen Leben eine neue Richtung zu geben, so dass sich jeder selbst ausdrücken kann. Das ist ja das große Bild von Changemakers an sich. Damit haben Sie eigentlich schon alle Fragen beantwortet, die ich habe. Aber ganz konkret zum heutigen Tage, den wir hier bei Ashoka zusammen gehen dürfen, genießen dürfen. Was wünschen Sie sich ganz direkt als nächsten Schritt für die Machbarschaft in Deutschland oder in Europa generell? Was ist Ihr ganz persönlicher Wunsch, was als nächstes kommen sollte für das Thema Machbarschaft? Ich glaube, dass noch nicht alle, die schon im Inneren den Changemaker in sich tragen, zueinander gefunden haben. Dass es noch ganz viele gibt, die so sehr in ihren neuen Ideen drin sind, dass sie vielleicht nicht ganz kommunikationsfähig sind oder so. Also sich nicht so leicht tun, mit anderen zusammenzukommen. Ich wünsche mir, dass mehr auf solche Menschen zugegangen wird noch, dass die mit ins Boot geholt werden. Und dass man erkennt, die, die wirklich einen Unterschied machen können jetzt, das sind nicht ein, zwei Prozent der Bevölkerung, das sind zehn, zwanzig, dreißig Prozent der Bevölkerung. Das müsste noch mehr bewusst werden. Und ich glaube, dass, wenn das gelingt, dass sich die Menschen neu orientieren, zum Beispiel sich begreifen als kulturell Kreative, die, die eine neue Kultur machen wollen, und erkennen, wie viele das eigentlich sind, dann wird es plötzlich neue gesellschaftliche Ausrichtungen gehen. Und wenn man dann sagt, machen wir aus Deutschland ein Paradies, Projekt Paradies Deutschland, wie viele Jahre dauert das, ein Land zu verwandeln? Das kann blitzschnell gehen. Es braucht dann nur, dass alle begeistert sind und den eigenen Bereich davon umsetzen. Jeder da, wo er gerade ist. Und dieses Zusammenfinden der Menschen ist noch nicht so ganz reif. Also es gibt so etwas wie hier sehr viele, die schon verknüpft sind. Das sind aber eher noch ein Stück erfolgreichere. Die weniger erfolgreichen, da die Außenseiter oder sowas, die sollten mit reingeholt werden, und damit noch mehr Expertise da ist, das Wissen noch verbreitet wird. Das, glaube ich, wäre der nächste Schritt für die nächsten zwei, drei Jahre. Was kann ich als jemand aus der Mittelschicht in meinem kleinen, in Anführungsstrichen, Alltag ganz direkt tun, um Machbarschaft zu gewährleisten und um Changemaker vielleicht im kleinen oder mehr oder weniger großen Stil auch direkt werden zu können, wenn ich morgen aufstehe? Was können Sie jemandem raten, der gerade erst anfängt, die Welt zu fällen? Ich würde sagen, der Unterschied besteht erst mal da drin, habe ich einen solchen Mundwinkel oder habe ich solche Mundwinkel? Und das ist eine innere Entscheidung, die ich morgens beim Aufstehen machen kann. Was bringt mir der Tag? Das wird so ein Tag. Weil ich mache ihn zu diesem Tag. Ich bin ja der Gestalter meines Tages. Und wenn ich mit einem Lächeln in den Tag gehe und schon sage, ich habe den, dann lächelt die Welt zurück. Weil der Mensch kann nicht anders. Wir spiegeln einander ein gutes Stück so. Und wenn es mir gelingt, über den Kranz, den ich habe, hinwegzuschauen, aufhöre, mein Leben zu verfluchen, weil es gerade arm ist oder Krankheit oder sonst irgendwas da ist. Und wenn ich das erste Lächeln mit reinnehme und sehe, wie kann ich anderen Lächeln ins Gesicht zaubern, dann bin ich zum Gestalter geworden. Ich bin nicht mehr Bettler, ich bin nicht mehr bedürftig von etwas, sondern ich kann immer etwas geben. Und so bin ich in meinem Leben immer König. Und ich habe nämlich einen Schatz voller Lächeln. Und wenn ich das weitergeben kann, dann bin ich schon Changemaker. Und dann gelingt das auch mir leichter, mit anderen zusammenzukommen. Und das, glaube ich, ist sozusagen der Schlüssel in der Früh am Morgen, der Change auf ein Lächeln. Apropos weitergeben, das wäre auch nochmal so eine Sache. Sie haben ja jetzt schon viele Ansatzpunkte genannt, die man ganz direkt auch in der Bildung weitergeben könnte an Kinder. Was denken Sie dann vielleicht noch ein paar Sätze dazu, was Kinder für Veränderung und für die Zukunft bedeuten können, eine Zukunft in Veränderung? Ja, die Kinder erben ja das alles, was hier ist. Und sie sind die Gestalter der Zukunft. Und mit dem Bewusstsein sollten die Kinder drangehen können, ihr Leben zu entfalten. Wer jetzt Kind ist, sollte wissen, dass es nie wieder Vollbeschäftigung geben wird. Es wird keine 40 Stunden Arbeit geben, wenn einer, der jetzt Kind ist, aus der Schule rauskommt. Das heißt, die Schule bildet in Zukunft weniger Arbeitskräfte aus, sondern Menschen, Kulturschaffende, Gestalter, Lebensgestalter, Paradiesgestalter. Und in die Richtung werden sich die Schulen verändern. Und jetzt kann ich von vornherein als Kind davon ausgehen, ich werde vielleicht keinen Beruf mehr haben, weil die Arbeit wird von Robotern und Maschinen und Software gemacht. Ja, super. Was mache ich dann? Gestalter will ich allemal sein. Ich bin ja ein Gestalter, ein kulturell aktiver Mensch sowieso. Der Mensch ist nun mal geboren mit dem inneren Wunsch nach Selbstausdruck seiner Persönlichkeit. Und wenn ich als Kind schon weiß, wenn man heute den Kindern schon sagt, das wirst du sein, du wirst der sein, der das, was deine Einzigartigkeit ist, voll zur Blüte bringt, dann bin ich als Kind jemand, der im Erblühen ist und zum Erblühen gefordert und gefördert wird, in einer bestimmten Einzigartigkeit, das, was eben nur ich bin. Und es fällt all diese Normierung weg, die man früher gebraucht hat, um Industrien aufbauen können zum Beispiel. Das machen jetzt die Roboter. Die übernehmen den normierten Part, den gestalterischen Part, den kreativen. Den übernehmen wir Kinder. Das sollte das Selbstverständnis der Kinder jetzt sein, könnte es sein. Und die Schulen werden in diese Richtung gehen und man wird sicherlich Paradiesgestaltung in der Schule lernen. Heißt einfach alles so. Also ein Beispiel, früher hat man gesagt, pflanzen einen Baum, mach ein Haus, gründe eine Familie und so weiter. Klar kann ich jetzt sagen, das Haus kriege ich vielleicht fertig schon oder ich beauftrage einen Architekten. Und der macht das und nach zwei Wochen steht das Ding, fertig vorfabriziert. Aber dann habe ich nichts gestaltet, ich habe nichts geschaffen. Den Rest des Lebens ist mir langweilig. Also die Kultur geht eher wieder in die Richtung, dahin selber zu leben. Es kann große Freude machen, selber das Haus zu bauen und da anzufassen und erst mal ein Jahr lang nur darüber nachzudenken, wie könnte es ausschauen. Oder ich finde, als junger Mensch einen Partner, eine Partnerin und in dieser Liebe entsteht jetzt etwas. Und diese Liebenden sagen zueinander, lass uns einen Ort für unsere Liebe schaffen, einen Ort, wo unsere Liebe stattfindet. Hier ein Haus, das unsere Liebe zum Ausdruck bringt und ein Garten dazu. Und dann entstehen Orte der Liebe, die nur Liebende schaffen können und dafür brauchen die Zeit. Und das wird der Beruf des Menschen der Zukunft sein. Und das wird der Beruf des Menschen der Zukunft sein.